heilut herzlich willkommen zu einem neuen video und ich merke dass wir doch im jenus sind wie komme ich wieder ins bloß wie schaffe ich das wir müssen überlegen okay da war schon mal was ich verkaufen konnte bin ich wieder ein plus das ist sehr schön wir müssen jetzt erst mal erforschen ich glaube es wäre ganz cool das ist mir egal ich will das wir sind jetzt schon wieder krank ich dachte der wird betäubt so wir sollen jetzt keine ahnung was in dieses gehe kommen wird aber ich würde gerne was ansprechen leute und zwar ist ja höchstwahrscheinlich so das ist jetzt dieses projekt dieser park hier dass wir damit auch bald durch sein werden denke ich und deswegen bin ich dann überlegen ob ich dann zwischenzeitlich nun anders projekt macht oder direkt mit dem projekt hier weitermachen weiß ja ob wir jetzt mit ob wir dann die impact fertig machen und dann ist eine kurze pause machen und dann direkt weitermachen versteht ihr und ich bin mir da nicht zu 100 prozent sicher lasst euch da einfach überrascht ich will ja nicht dass die parkbewertung steigt das gibt es doch nicht geschäfte haben auch nichts gebracht die bringen auch gefühlte minus was jetzt mit dir zu wenig früchte ich gebe dir gleich zu wenig früchte ich jetzt genug früchte ich habe kein geld mehr zu zu wenig Blätten. Ja, ich habe minus 1000. Sorry, aber ich kann jetzt keine Blätter geben. Jo, was ist das eine große Problem? So, wo ist das? Das Geschenketeil. Danke für die Information, dass ich im Minus bin. Das weiß ich. Wer kämpft denn jetzt? Wieso kämpft ihr? Ja. Ich will doch einfach nur machen. So. Wenigstens sind die zufrieden. So, was machen wir jetzt heute? Ich bekomme wieder Plus. Yeah, ich mache wieder Gewinn. Ich bin... Ich will doch einfach nur... Bitte... Nee, du kannst nicht ausruhen. Ich habe... Ja, 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 schnell, 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 schnell. Was wollt ihr nochmal? Nüsse, was? Ne? Die wollen Nüsse. Dann kriegt ihr die Nüsse, bevor das Ding hier wieder... Pflanzenfasern, 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 Wald, Nüsse. Ich kann jetzt nicht... Oh Gott. Ich hoffe, das reicht. So, wo ist es jetzt mit euch, Raptor? Zuweisen. Ja, Arzt kann leider nicht zu euch kommen. Ich habe kein Arzt mehr verfügbar. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Okay, Raptor. Euch fehlt Wald. Das ist mir durchaus bewusst. Dann machen wir euch hier so einen Wald... Jetzt kämpfen die... Hey! Jungs! Nur für den Ball, Leute. Die Dinos haben kein Essen. Ich habe kein Geld für Essen, aber... Ich kann die Essensstation... Bewegen. Haben sie über zwei jetzt nichts, wusste der... Wie das kostet Geld? Wieso bist du denn hungrig? Dann ess doch was! Dann ess doch einfach was! Achso, du hast keine Blätter! Sag mir doch, was du Blätter brauchst! Du hast Landmüssen verlangt! So, reicht das jetzt? Bis wir jetzt nicht mehr verhungern! Danke! Danke! Yes! Es geht hoch! Ja, mehr beschleunigen können wir nicht. Beschleunigen, beobachten und abwarten. Was ist denn jetzt mit dir? Was ist denn jetzt mit dir? Wieso ist da ein scheiß Raptor? Wir haben einen Raptor vergessen! Ein Raptor möchte abgeholt werden! Also ich glaube, Hunger ist dein kleines Problem, mein Freund! Oh Gott, Alter! Wir sind jetzt schon wieder... Warum jetzt schon wieder Minus? Warum jetzt schon wieder Minus? Saurier, Umgebung... Ähm... Am schlauesten wäre es jetzt, weil der ja gleich verlegt wird. Was wird das? Deaktivieren... Und wir gucken jetzt mal die Geschäfte, die Minus machen. Du, dein Gewinn ist sehr niedrig. Warum? Warum? Was kann ich machen, damit es so wird? Dann kommt das Geschäft aber nicht gut an. Dann machen wir jetzt einfach mal Abendkleidung draus. Und bei dir? Auch Abendkleidung. Du machst Gewinn? Du machst kein Gewinn. Du bist Getränke. Wir haben jetzt Kräuter. Dann machen wir doch einfach mal Kaffee. Kaffee feiern doch die Leute. Du machst Gewinn? Du machst kein Gewinn. Du bist Getränke. Wir haben jetzt Kräuter. Dann machen wir doch einfach mal Kaffee. Kaffee feiern doch die Leute. So. Du machst Gewinn? Das Fitnessstudio? Das Fitnessstudio? Okay, das... Kriegt der vom Kriegel kein Geld? Ach so schlimm, ihr habt ja gar kein Essen. Nein. Ach, Mann. Nein, 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 nein. Ich kann aber das Essen nicht... Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ach, du heilige Scheiße. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Äh... Ach, Mann. Okay, wir sind kurz davor, bleib zu gehen. Ich hätte das Angebot annehmen sollen. Aber jetzt ist eh schon wurscht. So. Jetzt können wir alle Geschäfte durchgehen. Du machst kein Gewinn. Warum? Eisgrä. Da machen wir halt... Waffeln draus. Was weiß ich? Ähm... Verärgerte Mitarbeiter ist mir grad relativ. Das ist deaktiviert. Das ist deaktiviert. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Okay. Das tun wir mal deaktivieren. So. Deaktivieren. Du machst mittlerweile Plus. Du machst Plus. Du machst Minus. Deaktivieren. Wir machen später da was anderes hin. So. Okay. Ähm... Da ist kein Treibstoff mehr drin. Aber da kann ich jetzt leider nichts machen. Das ist deaktiviert. Das können wir auch deaktivieren. Da tun wir Essen sparen. Ähm... Den Raptor. Das können wir da hinbringen. Das können wir da hinbringen. Aber... Ich mach wieder gewinnen. Ich mach wieder gewinnen. Ich mach wieder gewinnen. Ich lasse jetzt mal die Raptoren betäuben, damit sie jetzt erstmal nicht verhungern können. Okay, wir haben wieder Plus. Jetzt müssen wir so viel Plus machen, dass wir den Raptoren Essen geben können. So. Wo ist jetzt euer großes Problem? Besucher, B Kapazität. Lassen wir uns jetzt erstmal wieder ein bisschen ins Plus gehen. Ist es günstiger, dieses Fleisch dorthin zu bringen? Nein. So transportieren. Dann tue ich das gleich bei denen rein. Steht zwar auch was wieder auf Null, aber die Raptoren brauchen Essen. Wir machen die Gehege auch bald schön, Leute. Es geht jetzt wieder berghoch. Und wenn das jetzt nicht so bleibt, haben wir ein fettes Problem. So. Dann müssen wir uns dann bald um die Geschäfte kümmern. Okay, sie sei am Essen. 24 Prozent. Ich will nicht, dass die gerade machst. Jetzt lass uns erstmal gucken, dass uns der Geld wieder viel viel höher ist und dann kümmern wir uns um die Sterne. Was können wir noch machen? Ich könnte auch irgendwelche Fleischdinger deaktivieren. Wie erst wenn wir die verkaufen? Oh, bringt das schon viel. Okay, bringen wir nur die Hälfte wie man sie kaufen würde. So, dann tun wir das da weg und dieses Ding verlegen. Für den neuen Graptorgehege. So. Gesundheit 8 7 6 6 Produkt wird eingesammelt. So. 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 Oh Mann. Oh Scheiße. Ich hab... ich hab das nicht- Wie geht eure Gesundheit? Okay, so, so, oh scheiße, ich wollte das nicht, ich wollte das wirklich nicht, bitte bleibt das jetzt im warum ich vorher gleich mitarbeiter ehrlich es reicht mich vor jetzt mit dabei jetzt egal 7 7 schon verärgert sie sind sie kriegt ja schon weniger gehalt was mit dir ich habe nicht gern gekündigt wirklich nicht aber ich weiß es ist scheiße aber leider muss es manchmal so sein leider ich habe das auch nicht gerne gemacht leute glaubt mir so habt ihr wasser mit überlebst du du hast fleisch trinkst du raus war schon dass das boden ist gesundheit ihr habt jetzt fleisch immer komm und frisst ja komm bitte ich will dass du überlebst komm hier komm kleiner er frisst jetzt was ist jetzt mit euch hey przeratops ach du heilige scheiße lass die autos in ruhe hallo kopf warum warum weil es ist diese infektion jetzt komm es ries hey Hey! Lungenzündung. Was sind sie noch hier? Was braucht ihr den? Was hast du? Was hast du? Ich habe keine Daten! Willst du mich eigentlich verord... Denen scheint es besser zu gehen und den und den. Er ist auf 100% sogar. Er bleibt von der Gesundheit, er bleibt. 16... Betäubung hilft dir auch nicht. Ich weiß nicht, was er hat. Ist es Wasser? Renne deswegen zum Wasser? Ich glaube, er ist einfach durstig. Trink! Trink! Bitte! Bitte! Danke! Danke! Okay! Es geht wieder berghoch. So, dennoch schauen wir jetzt mal was für Wissenschaftler wir wirklich noch brauchen. Weil so viel erforschen müssen wir nicht mehr. Schnelle Exposition brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht! Sorry! Okay! So! Äh... Kursentraining... Die sind halt Stufe 5! Alter! Aber sind deswegen halt auch teuer. Schnelle... Okay, das könnte... Expedition... Wir machen keine mehr! Es ist... Es ist... Es ist unnötig! Billige... Okidistik... Billigere Forschung... Forschung machen wir noch! Du darfst dich auch ausruhen! Äh... Positive... Ja, ok! Ihr dürft bleiben! Okay! Und so wie es aussieht, überleben die! Was ist jetzt mit dir? Wir brauchen eine Statusberprüfung. Ähm... Kommen wir mal an... Achso, ihr habt keinen Treibstoff. So... Du... Ich mit Fahrzeug zu erreichen... Achso, die haben kein Tor, oder was? Achso, deswegen haben die keinen Status... Die haben nicht mal ein Tor! Alter! Hab ich gesoffen, wo ich das eingestellt hab? Ehrlich jetzt? Tor! Wenn jetzt so... Wenn das jetzt auch gleich ein Sturm ist! Dann geh ich aus den Spielern und komm nicht mehr rein! Und was war jetzt die Anfrage? Und was war jetzt die Anfrage? Der wird wahrscheinlich auch noch sterben. So wie es so aussieht... Wer ist denn jetzt gestorben? Ernsthaft? Ein Patchy? Jetzt ist der Patchy, du einsam! Wie viel kostet denn Patchy? Okay... Von wie aus? Von wie aus? Wir können... Wir können uns nur einleisten... Okay... Warum ist... Wo ist jetzt ein Soundeffekt? Ich kann mir das jetzt grad wirklich nicht leisten! Wirklich nicht! Ich kann mir das jetzt grad wirklich nicht leisten! Bitte! Und... Wo ist jetzt ein Auto? Auto... 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 Du... Reparierst den Zaun! So schnell wie es geht! Ich hab keine Lust, als hier gleich Panik auszupfen! Und zwar wirklich gar keiner! Und zwar wirklich gar keiner! Im Glück sind dann auch gar keine Besucher und die haben das auch nicht gemerkt! Na? Gefällt's dir, meinen Park zu ruinieren? Fühlt sich gut? Na, ich geh bitte auf uns selber rein! Danke! Warum ist da eine Tür? Warum ist da eine Autotür? Ach du heilige Scheiße! Ich will das am besten gar nicht wissen! Warum mach ich jetzt schon wieder so wenig gewinnen? Warum? 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 Bitte! Einfach schnell dieses Vieh! Und neue Patchy kommt auch direkt rein! Und... Warum? Warum? Ich bin... Ich geh jetzt los! Ich bin jetzt recht zu mir ehrlich! Ich hab keine Bock mehr! So, verschreiten! Ja, okay! Ja... Graus! Einfach nur graus! Bis zum nächsten Mal Leute! Bis zum nächsten Mal und tschüss! Ach du heilige Scheiß, was mache ich eigentlich?